Jetzt kommen wir zur ganz wichtigen Prognose. Wo ist der Bitcoin-Preis in 17 Tagen genau? Und ohne, dass mir irgendjemand sagt, nee, darfst du nicht. So, und wo wir in Afrika sind, die letzten Neuigkeiten noch, wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Wir haben heute extrem krasse Nachrichten und es geht immer noch darum, wird Bitcoin auf 231.000 Dollar kommen bis September 2021? Es gibt sehr viel Neues, einmal JP Morgan. Wir haben morgen Stanley drin, Cardano-Neuigkeiten, dieses Interesse. Warum verkauft Tesla auf einmal seine Bitcoin? Das ist ja unfassbar. Und dann eine genaue Prognose, wo der Bitcoin-Preis in 17 Tagen sein wird. Haltet euch fest, das alles besprechen wir nach dem Intro. Bevor wir mit den einzelnen sehr, sehr wichtigen Punkten starten, gucken wir uns einmal kurz den Markt an, wie er sich erholt hat. Also alles wieder beim Alten sozusagen. Marktkapitalisierung über 2 Billionen. Bitcoin wieder auf 54 hoch. Ethereum all-time high gebrochen gestern. Richtig cool. Alles wieder auf dem Weg nach oben. Und wie mache ich das, wenn ich interessante Coins sehen will oder wenn ich sehen will, ob ich jetzt mehr investiere. Dann habe ich hier mein Portfolio. Das sind so die Coins, die ich jeden Tag beobachte. Und dann gucke ich genau andersrum. Also nicht, wo sind die meisten Gains, sondern was sind so die Coins, die mich langfristig interessieren. Und dann gucke ich, was die so in den letzten 7 Tagen gemacht haben. Und zwar nicht, was waren die tollsten. Also Polygon, natürlich sehr geil hier gewesen. Da bin ich investiert. Solana, PancakeSwap, weil die das Problem von diesen hohen Gas-Fees lösen von Ethereum. Also richtig geile Projekte. Aber ich gucke immer eher andersrum. Ich gucke so, okay, was sind coole Projekte, wo der Preis extrem runtergegangen ist. Also VeChain habe ich jetzt zum Beispiel gestern nachgekauft, weil das ein so, so geiles Projekt ist. Und ich gucke dann praktisch immer andersrum. Shopping.io finde ich auch richtig cool. Und so, deswegen gucke ich immer andersrum. Naja, wie dem auch sei, starten wir jetzt direkt. Und bevor wir starten, einmal kurz hier das Video auf jeden Fall gucken. Das Video auch, die beiden Videos. Da sind schon so viele Sachen drin, die so wichtig sind, um diesen allgemeinen Markt zu verstehen. Wo geht Krypto hin, wo geht der Bitcoin-Preis hin und so weiter. Deswegen einmal unbedingt gucken, einmal unbedingt natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke auch drücken. Und dann starten wir jetzt direkt. Also, JP Morgan. Und das ist so lustig. Ich zeige euch mal ein paar Fotos. Also echt lustig, was passiert. Der CEO Jamie Dimon hat in der Vergangenheit, als der Bitcoin-Preis noch bei 4.100 Dollar lag, hat er allen gesagt, wenn ihr damit tradet, dann werdet ihr gefeuert. Wollen wir nicht. Und jetzt haben sie einen aktiven Fonds eröffnet, bei einem Preis von 53.000 Euro. Und in der Vergangenheit hat er auch immer wieder gesagt, also Bitcoin ist ein Betrug und bloß nicht rein investieren und wird sowieso reguliert und so weiter und so fort. Und was sagt uns das? Denn das sagt uns einfach, dass sie es nicht aufhalten können. Um es ganz einfach zu machen. Also sie wollen lieber auf den Zug mit aufspringen, noch was anbieten für ihre Kunden, weil es ist nicht aufhaltbar. Das sieht man ja. Also wie oft wurde Bitcoin totgesprochen? Wie oft haben sie gesagt, nein, es wird alles verboten. Jetzt sind alle drin. Tesla, Mastercard, PayPal, Visa, Facebook wird jetzt auch bald reinkommen. Gibt schon die ersten Ankündigungen, Gerüchte. Also es ist einfach nicht mehr aufhaltbar. Und jetzt haben sie einen Fonds für ihre Kunden eröffnet und zwar einen aktiv gemanagten Fonds. Und das ist nochmal eine Stufe krasser als einfach nur, wie andere das machen, wie zum Beispiel Pantera Capital oder Galaxy Digital einen passiven Fonds haben, sondern JP Morgan geht jetzt richtig rein und wird auch damit traden. Also dann können wir schon wieder ein paar Preismanipulationen erwarten, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr krass. Und was auch krass ist, ist natürlich, dass sie es auch machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Also wenn man jetzt hier sieht, Morgan Stanley genauso reingekommen und Morgan Stanley hat das auch ihren reichen Kunden angeboten. Und was da sehr interessant ist, sie haben in 14 Tagen, hier in 14 Tagen haben sie fast 30 Millionen zusammenbekommen von 322 Investoren. Aber sie haben nur einige Restriktionen hier reingebaut und zwar dürfen die nur 2,5 ihres gesamten Gelds da reinstecken und sie müssen mindestens 2 Millionen Net Worth haben, also 2 Millionen wert sein sozusagen. Und sie zahlen 3% Gebühren beim Investment unter 250.000 Dollar. Und mit diesen ganzen Restriktionen, trotzdem haben sie 30 Millionen von 322 Investoren in nur 14 Tagen zusammenbekommen. Das ist natürlich richtig, richtig krass und das zeigt einfach, wie stark der Bedarf da ist. Und wie stark der Bedarf ist, sieht man hier, war eine Umfrage und zwar 64% der US-Bürger haben Interesse an Krypto. Das heißt natürlich nicht, dass alle investiert sind, aber das ist schon krass. Und gerade mit den ganzen, mit den NFTs, mit Künstlern, Eminem bringt dann seine ersten NFTs raus. Künstler werden ihre ganzen Kunstwerke praktisch als NFT verkaufen. Kings of Leon, Musiker haben schon irgendwie das erste Album auf Blockchain als NFT herausgebracht und so weiter und so fort. Also das heißt, es kommen so viele von diesem DeFi, von dem Finanzwesen, aber auch von den Celebrities. Also so viele Celebrities bringen jetzt ihre ersten NFTs raus, Kunst raus, Musik raus und so weiter. Also das heißt, alle werden jetzt darauf aufmerksam gemacht. So und das zeigt auch die Umfrage. Und deswegen sind auch die Banken, die können gar nichts machen, weil einmal können sie das System nicht aufhalten und zum anderen fragen alle Kunden sie, ja was ist denn los jetzt hier? So, wir wollen auch. Und wenn man zum Beispiel auf PayPal bezahlen kann, mit Kryptowährungen kaufen kann schon, Visa, Mastercard, die anderen müssen nachkommen. Und deswegen kam auch Vem nun nach mit nochmal 70 Millionen Kunden. Deswegen wird auch Apple nachkommen. So und wenn eine Firma, zwei Firmen reingehen und so viel Umsatz machen, wie zum Beispiel auch Tesla, mit dem Kauf von Bitcoin, dann sehen das auch die anderen Firmen. Und das ist jetzt die Neuigkeit, Tesla hat jetzt verkauft. Sie haben ihre Kryptowährung verkauft. Mann, was ist denn da los? Also das ist jetzt eine sehr, sehr interessante Antwort von Elon Musk. Und zwar wurde hier gesagt, ja hier, Bitcoin Elon Musk kauft und verkauft dann wieder und so. Was soll denn das? Will er irgendwie Geld machen? Dumpter das alles und dann kauft er wieder ein oder so. Habe ich das richtig verstanden? Nein, du hast nicht richtig verstanden. Ich habe keine von meinen Bitcoin verkauft. Und damit, ja, gibt er eigentlich zu, dass er selber auch Bitcoin hat. Sondern nicht ich habe verkauft, sagt er, sondern Tesla hat 10% verkauft. Und das ist bei einer Firma, ist es normal, wenn sie extrem viel Gewinn dadurch gemacht haben, dass man dann 10% einfach nutzt, um, keine Ahnung, eine neue Fabrik zu bauen oder einfach nur andere Investitionen zu machen, neue Autos zu bauen oder so. Das ist normal. Also ganz viele machen das auch so, wenn sie das Portfolio managen und sagen sie zum Beispiel, okay, ich möchte als Absicherung möchte ich 2% in Gold haben. So, aber der Goldpreis explodiert dann und es sind dann auf einmal schon 10% von deinem Portfolio. Dann sagt man, nee, Moment mal, ich habe ja gesagt, ich will nur 2% von meinem Portfolio in Gold haben und deswegen verkaufe ich jetzt das andere. Das ist normal. Das ist das Ausbalancieren des Portfolios. Das kann sein, dass sie gesagt haben, nee, nee, es darf nicht zu viel der Wert unserer Firma in Bitcoin sein, weil wenn der Bitcoinpreis dann abschmiert, dann ist ja gleich die Firma praktisch sozusagen wertlos. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber so, das heißt, dieses Ausbalancieren vom Portfolio, das ist normal. Also das machen eigentlich alle. Deswegen, da gibt es eigentlich gar nichts, wo man irgendwie sagen kann, oh, das ist jetzt aber komisch oder die haben kein Vertrauen mehr. Wenn sie kein Vertrauen mehr hätten, dann würden sie 100% verkaufen und nicht 10%, sondern einfach ein bisschen Cash von den Gewinnen zu realisieren, ist eigentlich nur normal. Also da gibt es eigentlich gar nichts dran, was daran negativ ist, sondern im Gegenteil sehr bullisch, also sehr positiv für die Preisentwicklung, weil Elon Musk auch selber gesagt hat, ich habe keine von meinen Bitcoin verkauft. Und wenn er dann anfängt, irgendwann auch mal, genau wie mit Deutschcoin, irgendwann mal so über seine eigenen Investments in Bitcoin zu, ja, darüber zu sprechen, dann wird es natürlich auch nochmal richtig abgehen. So, und jetzt kommen wir zur ganz wichtigen Prognose. Wo ist der Bitcoinpreis in 17 Tagen genau? Und ihr wisst ja, das ist natürlich gar keine Kaufempfehlung, das ist alles nur Entertainment hier. Darauf sollte nicht deine Kaufentscheidung basieren, sondern mach du, wie du das für dich richtig hältst. Auf jeden Fall finde ich so verschiedene Charts immer sehr interessant. Und ja, wie die Vergangenheit ist, wie es sein könnte, wie die Zukunft ist, wie die Entwicklung ist, das ist natürlich in Kombination mit den ganzen Neuigkeiten, die rauskommen. Die Banken kommen rein, das kommt rein. Dann kann man das mit der technischen Analyse, ja, koppeln oder verbinden oder so. Und dann kommen verschiedene Charts raus, wie man sieht zum Beispiel, wie viele Menschen verkaufen, wie viele neue Wallet-Adressen gibt es allgemein. Wenn jetzt zum Beispiel Ethereum hat auch nicht nur All-Time-High am Preis geschlagen, sondern auch wie viele Adressen allgemein da sind, auch geschlagen und so. Also es gibt verschiedene Charts, wo man immer gucken kann, okay, wo geht der Preis so ungefähr hin. Und natürlich wird es nicht 100% stimmen, aber eine sehr, sehr interessante Kombination aus zwei verschiedenen Sachen habe ich jetzt entdeckt. Also das eine habe ich euch schon mal gezeigt, wie weit sind wir in dem Bull-Market, also ist schon der Top erreicht. Und diese Person hier hat das auch anhand von verschiedenen Charts hier ausgerechnet. So Golden Ratio, dann Stock-to-Flow, P-Cycle, Top und so weiter. So und da kommt er auf 70, das heißt wir sind noch nicht oben angekommen. Und diese Person hat eine Prognose gegeben von 210.000 Dollar plus minus 23.000 Dollar bis zum 23. September. So wo wir dann überlegen müssen, okay, nimmt man jetzt ein bisschen von dem raus. Rausnehmen heißt dann zum Beispiel ein Stablecoin zu tauschen. Der Stablecoin ist immer angelehnt an den Dollar. So, das heißt, wenn man denkt, der Preis fällt, will man dann, und man hat schon sehr viel Profit gemacht, also man hat seinen, ja, seinen Wert schon verfünffacht, sagen wir mal. Und dann sagt man, okay, jetzt nehme ich mal die Hälfte davon einfach ins Stablecoin, um zu gucken, wenn der Preis dann fällt und es geht wieder, keine Ahnung, 50% runter, dann könnte ich ja wieder reinvestieren. Das ist so, dass wir alle denken, okay, weil alle denken, oh, das wird genau so, wird es wahrscheinlich genau andersrum. Aber wie dem auch sei, er kommt auf diese Zahl. Und das ist sehr interessant, weil jetzt habe ich bei Altcoin Daily eine andere Chart gesehen. Und ja, da wurde das so übereinander gelegt, also der Bullrun in 2013, 2017 und 2021. So, und das sind hier so auf der einen Achse sind die Tage und hier ist so das Geld, aber in Relation, weil es fängt ja nicht immer bei 20.000 an, sondern in Relation zu dem Jahr umgerechnet. Also 100% Recovery, also, ja, Wiederherstellung nach vorzeitigen All-Time-High, also dem höchsten, mit einem 70% Crash. So, also, ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war. Also, All-Time-High, 70% runter und dann starten wir hier mit diesen verschiedenen, ja, mit diesen verschiedenen Übereinanderlappungen, wie der Markt sich entwickelt. Und da sind wir bei 21, ungefähr jetzt hier. Und da sieht man auch immer, es sind immer so starke Dips drin, auch hier zum Beispiel 2013, extremer Dip. So, also, wir sehen, es ist schon ungefähr in einem Bereich und nach dieser Rechnung, und das war sehr interessant, würden wir, wenn wir hier jetzt ankommen, nach 287 bis 289 oder 288 Tage sein und das wäre genau zwischen dem 13. September und 15. September. Also, nach diesem Chart erreichen wir hier das All-Time-High und nach seinem Chart am 23., also irgendwas zwischen 23., 13., 15., 20., irgendwo da, ja, sind jetzt schon verschiedene Leute, die sagen, da wird wohl das All-Time-High sein und danach wird es erstmal runtergehen und wenn man, wenn die Zyklen sich wiederholen, dann wird es erstmal eine Zeit lang dann unten bleiben und so, aber das ist so hier erwartet. Und hier antwortet jemand, der heißt Plan B und das ist der Entwickler vom Stock-to-Flow-Model und das ist natürlich eins der exaktesten, ja, Preisvorhersagen für Bitcoin über die ganzen letzten Jahre, also sehr, sehr präzise und er hat gesagt, hey, coole Chart, 70.000 in 22 Tagen, ich bin ready. So, das heißt jetzt, das war schon am 24., ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, wahrscheinlich 17 Tage, also in 17 Tagen, ob wir da bei 70.000 Dollar sind, sind wir sehr gespannt, können wir ja mal gucken. Könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das auch so seht oder wann ihr denkt, wie hoch der Bitcoin-Preis geht, wie sich der Markt entwickelt, schreibt mal gerne unten rein, liked natürlich auf jeden Fall und guckt nochmal auf jeden Fall das Video, liked auf jeden Fall gerne das Video, abonniert den Kanal und im Endeffekt war es das erstmal für heute, aber was natürlich immer ganz wichtig ist für mich zu sagen, es geht nicht nur um Kryptowährung, weil Kryptowährung ist in der finanziellen Intelligenz nur ein kleiner Teil, das ist ein wichtiger Teil, aber ein kleiner Teil, weil wenn wir nicht die Intelligenz haben und wir kaufen eine Pizza mit 10.000 Bitcoin und wir wissen nicht, dass das ein Potenzial hat, dass daraus eine Milliarde wird, dann ist es schlecht und das ist die finanzielle Intelligenz, die man entwickeln muss. Wo gebe ich mein Geld aus, wie spare ich, wie lege ich an, lege ich nur in Krypto an oder in verschiedene Sachen und so, das ist alles die finanzielle Intelligenz und darüber steht natürlich bei weitem die Gesundheit, weil ohne Gesundheit brauchen wir gar nicht über Kryptos zu sprechen. Und darum geht es natürlich in meinem Kanal auch zum allergrößten Teil um die Gesundheit, einen starken Mindset und so weiter und so fort. Deswegen guckt unbedingt auch die Free Tour, sage ich jedes Mal, im Matrixprinzip, weil da erkläre ich ganz genau, wie ich mich aus dieser Versklavung rausgeholt habe und ich liebe diese Blockchain-Technologie ganz einfach aus dem Grund, weil darauf könnte man auch YouTube bauen, Facebook bauen und es ist praktisch nicht zensierbar von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey, dieser ist eine Wort, gefällt mir jetzt nicht, deswegen lösche ich einfach deinen ganzen YouTube-Kanal. Okay, da muss man erst klagen, da muss das Gericht erst zustimmen, hey, Moment mal, was macht ihr da eigentlich? Er darf das sagen, das ist seine Meinung. So, dann kriegt man den Kanal zurück und es dauert alles Monate und du musst einen Anwalt entscheiden und das ist alles nicht mehr möglich auf Blockchain-Technologie. Also diese Technologie, dass die Banken einen nicht mehr fragen, sag mal, was hast du da für eine Uhr gekauft, kann ich mal die Quittung sehen von deiner Uhr, die du dir von deinem Geld, also ich dachte, ich höre nicht richtig, von deinem Geld gekauft hast. So, das wollen wir nicht mehr und das ist alles das, was dieses Internet 3.0 an Möglichkeiten gibt, dass der Mensch zu Mensch, ich kann jetzt von hier, du lebst in Afrika, ich kann dir Geld schicken, eine Million, zehn Millionen, ohne dass mir irgendjemand sagt, nee, darfst du nicht. So, und wo wir in Afrika sind, die letzten Neuigkeiten noch, wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar jetzt, Cardano gewinnt 5,7 Millionen neue Krypto-User in Afrika. Das ist natürlich auch extrem bullish, aber man sieht, der Preis ist mit den Neuigkeiten noch nicht so hoch gegangen. Vielleicht wissen das viele noch nicht, ist noch nicht so explodiert jetzt durch die Neuigkeit, aber wahrscheinlich auch viele haben das vielleicht nicht so extrem stark gewichtet, weil es praktisch ein fälschungssicheres Zertifikat ist für Schulabschlüsse. Aber was interessant ist eigentlich daran, ist, dass hier, dass es eine Identität, also eine digitale Identität auch geben kann. Also das, was darauf aufgebaut werden kann, ist extrem. Und Cardano hat Ende des Jahres nochmal so eine Veröffentlichung, wo sie ihre, ja, ihre Fortschritte mit der ganzen Afrika-Geschichte vortragen. Und das wird wahrscheinlich nur ein kleiner, ja, das ist jetzt so ein kleiner Vorbot. Ich denke, da kommen viel wichtigere Sachen, die auch wirklich, ja, das Bezahlen jeden Tag mit Währung und, ja, so wahrscheinlich im Hintergrund haben. Aber ich bin mal sehr gespannt, also Cardano ist eins meiner, ja, Lieblings-Kryptowährungen. Ich denke, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial in nächster Zeit. Also mit am meisten Potenzial wahrscheinlich so in den Top Ten. Und genau, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und guckt auf jeden Fall die Free-Tour, liked das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Coach Sess. Bis dann, euer Coach Sess. Bis dann, euer Coach Sess.